Willkommen zu einem weiteren Kapitel. Wir wollen uns jetzt mit der Entwicklung von Web-Applikationen mithilfe des Censure Touch Frameworks beschäftigen. Zunächst ein Überblick und die Lernziele. Wir müssen zunächst unterscheiden, was ist eine Bibliothek und was ist ein Framework in der Informatik. Benutzen wir eine JavaScript-Bibliothek oder benutzen wir ein JavaScript-Framework? Repräsentanten für diese beiden Seiten sind jQuery Mobile bzw. Censure Touch. Es gibt mehrere Unterscheidungskriterien. Gehen wir zunächst auf das prozedurale Kriterium ein. Ein Framework funktioniert nach dem Hollywood-Prinzip Don't Call Us, We Call You oder etwas seriöser im Informatik-Jargon Inversion of Control Pattern. Don't Call Us, We Call You will heißen Hollywood ruft sie zum Film. Eine Bewerbung brauchen sie gar nicht erst dafür schreiben. In der Codierung bedeutet es, dass der Kontrollfluss vom Framework ausgeht. Das heißt, sie passen es an, sie implementieren Schnittstellen, aber es wird das Framework aufgerufen, wenn die App aufgerufen wird. Anders bei einer Bibliothek, das versteht sich eher als Werkzeugkasten, als Sammlung von Lego-Bausteinen, wo sie ihre Anwendung zusammenbauen. Aber das Heft haben sie in der Hand. Der Kontrollfluss geht von ihrer Anwendung aus. Und sie inkludieren Bibliothekselemente. Dann gibt es das strukturelle Kriterium, auf das ich hier in dieser Einheit besonders abheben möchte. Die Code-Architektur nach dem Model-View-Controller-Pattern oder auch genannt Separation of Concerns. Separation of Concerns wurde geprägt von einem der großen Informatiker in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, Edgar Dijkstra. Und ist aus der Softwarekrise entstanden, dem Streben, diese zu überwinden, dass man nicht monolithische Anwendungen schafft, die zu Spaghetti-Coding führt, sondern dass man die Verantwortlichkeiten, die Aufgaben trennt und über Schnittstellen definiert. In einer GUI-orientierten, also oberflächenorientierten Anwendung haben wir vorne die Views, dahinter die Datenhaltung, das Modell der Anwendung mit ihrer Logik und ihrem Datenschema und die Steuerung dazwischen. Hierzu habe ich in dem Kapitel mehrere Videos eingebunden. Wir kommen nun zur Center Touch App, die auch das Ziel des ganzen Kurses sein soll. Der Weg ist nicht lang und steinig, sondern eher kurz und geradeaus, wenn Sie ein Framework verwenden, wie das von Center Touch. Sie sollten sich in Ruhe alle Features im Rahmen der App Kitchen Sync anschauen, die da aussieht wie folgt. Das Ganze ist eine App, Das heißt, Sie können sie auch auf einem mobilen Endgerät aufrufen und sie verhält sich entsprechend, sodass Sie dort diese Eigenschaften direkt testen können. Probieren Sie das einmal aus. Ich werde Ihnen dann in unserer Kursform zeigen, wie man die entsprechenden Sourcen installiert, also zum einen das Framework Center Touch und zum anderen ein Tool namens Center Command, um eine MVC-Struktur für das Projekt anzulegen. Meine Leistung hier war, Ihnen geeignete How-To-Exercises aus dem Bündel an Angeboten von Center Touch selbst herauszusuchen und einige Tutorials im Netz zu eruieren. Center legt großen Wert auf die Dokumentation seiner Softwareprodukte, insbesondere auch Center Touch. Und Sie haben hier zum einen die API dokumentiert, im Code, Sie sehen das, Sie müssen sich ein wenig damit auseinandersetzen. Und die Übungen, Tutorials, Videos finden Sie in der Übersicht hier, beziehungsweise konkrete Realisierung, Fallstudien, an denen Sie Ihr Wissen testen können oder Neues erlernen, haben Sie unter diesem Tab. Eine App möchte ich Ihnen besonders empfehlen, Do I Need My Umbrella, weil es hierzu eine dreiteilige Dokumentation gibt, also quasi die Anatomie dieser App von Anfang an und Sie können sie in wenigen Minuten nachbauen. Sie sieht im Browser so aus und benutzt ein Webservice, um das Wetter an einem Ort abzufragen. Auch diese App ist mobiltauglich. Ich habe das bereits getestet. Und Sie sehen, man kann auch auf dem Startbildschirm sofort ein entsprechendes Icon hinterlegen. und eine besondere Eigenschaft, die hier verwendet wird, eine HTML5-API, ist der Application Cache oder auch Local Storage genannt. Sie sehen, er weiß, dass ich in Berlin eingestellt habe. Ja, und das habe ich im Browser, im Safari View, einmal definiert und er hat es sich gemerkt, auch nach Beendigung der Session. Das Wetter in Berlin. Und als Schmanker haben wir etwas, wonach wir uns in Informatik schon 30 Jahre lang sehnen, die visuelle Programmierung einer App. Sencha ist es mit Sencha Architect tatsächlich gelungen, per Drag & Drop den Code zu generieren aus der visuellen Strukturierung, aus dem Mockup der zukünftigen App heraus. Dazu habe ich Ihnen entsprechende Videos eingebunden. Schauen Sie sich das unbedingt an. Und wenn Sie wollen, können Sie in einer 30-Tage-Version dieses futuristische Feature einmal ausprobieren. Die Hausaufgabe, die letzte in diesem Mock vor dem Final Exam, Homework No. 4, Sie sollen zeigen, dass Sie mit dem Sencha Touch Framework klarkommen. Sie sollen eine minimalistische App erstellen und die bei Cloud Control zur Verfügung halten. Das ist in 14 Tagen fällig und wird wieder im Peer-Review-Verfahren abgenommen. Die einzige Anforderung ist hier, dass Sie mehrere, drei Ansichten definieren und implementieren, dass diese aus der Toolbar heraus aufrufbar sind und in jeder Ansicht wird eine andere User Interface Komponente benutzt. Was Sie inhaltlich da reinbringen wollen, wie viel Aufwand Sie betreiben wollen, ist Ihnen überlassen. Sie sollen hier nur zeigen, ja, Sie sind durchgekommen durch diese ganze Liste an To-Dos und Exercises, Tutorials und sind nun in der Lage, allein oder gemeinsam im Team die finale App zu schreiben. das ist ein Liste, das ist ein